Musik 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 Applaus Musik 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 Wie man sagt, ein schönes Bild von mir aus, das ist in den Kostestand, das Schmiedersstaatsorchester Darmstadt, Dirigent ist, nenne ich, der Darmdorfer. Unruhige Zeiten waren das, 1980. Aufbruch, Stimmen, Freiheit, Gleichheit, Wunderlichkeit, heißt eine Losung. Und die Idee, die nicht nur bei politischen Menschen angeklangt, auch bei Mozart und Cherubini, den hat Friedhofen verkehrt, sogar Güte. Und sie haben in der Tür zu der Opa Wasserträger. Der Wasserträger, das ist ein einfacher Mann, der hilft einem fortgeschrittenlich gesinnten Adem zur Flucht, das ist der Kern der Opa, das Werk bei Kassenschlag. Und nicht mehr die Götter, der Antike sind die Heldin von Franzi Menschen aus dem Volk, Friseur, Vornehmer, Figaro, genannt. So ist es auch in der Opa Hochzeitsfieger. Die Premiere dieser Mozart-Opa ist hier zum Arztheater Ende Oktober. Und auch Simón Luca Negrafer Verdi ist nicht minderpolitisch verknüpft, privates Sticksal und Staatsgesund ab dem Jahr 2018. Und auch Simón Luca Negrafer Verdi ist nicht minderpolitisch verknüpft, privates Sticksal und Staatsgesund ab dem Jahr 2018. Und auch Simón Luca Negrafer Verdi ist nicht minderpolitisch verknüpft, privates Sticksal. Und auch Simón Luca Negrafer Verdi ist nicht minderpolitisch verknüpft. Und auch Simón Luca Negrafer Verdi ist nicht minderpolitisch verknüpft, privates Sticksal und Staatsgesund ab dem Jahr 2018. Und auch Simón Luca Negrafer Verdi ist nicht mehr als ein Bernd. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020